Ein wahrer Gottesfriede waltet in diesem Hause, denn der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Auch erdrosselt? Eindeutig, Herr Inspektor. Zwei Morde! Bitte, Inspektor! Gehauschen Sie Ihren Geliebten und fliegen Sie! Ehe! Einstein geigt wieder. Die Gavotte von Bach. Möchten Sie mich nun verhaften, weil ich die Krankenschwester erdrosselt oder weil ich die Atombombe ermöglicht habe? Newton und Einstein sind gefährlich. Ein Sanatorium ist weltbekannt und entsprechend teuer. Fehler kann ich mir nie leisten. Nur im Irrenhaus könnt ihr noch denken. In der Freiheit sind unsere Gedanken Sprengstoffe. Ich habe drei Mörder, die ich mit gutem Gewissen nicht zu verhaften brauche, die Gerechtigkeit macht zum ersten Mal Fähig.